Das ist der Personal Branding Podcast der Firma WerdeWelt. Mein Name ist Ben Schulz. Worauf Sie bei Ihrer Personal Branding Website achten sollten. Welche Aufgabe hat eigentlich eine Internetseite im Personal Branding? Was ich ganz oft von Marketer höre ist, naja, eine Internetseite muss verkaufen, eine Internetseite muss Leads generieren und und und. Ganz ehrlich, Klartext, Blödsinn. Absoluter Bullshit. Eine Website verkauft nicht. Eine Website kann auch aus sich heraus keine Leads generieren. Welche Aufgabe hat eine Internetseite im Personal Branding wirklich? Und dazu müssen wir uns ganz kurz mal angucken, wann zu welchem Zeitpunkt hat ein potenzieller Kunde mit meiner Website eigentlich Kontakt? Zweite Frage, wenn dieser mit meiner Website Kontakt hat, in welchem Modus ist denn der gerade? Also welche Art von Informationen muss ich dem denn eigentlich gerade wirklich geben, um ihn in seinem Modus, in dem er hängt, sauber abzuholen? Was ich oft erlebe, ist, dass die Internetseiten voll sind mit unterschiedlichen Informationen, mit unterschiedlicher Methodik, mit Erklärungen, wie was, wie funktioniert und warum man diese Methodik vielleicht anwendet, dieses Tool verwendet. Man setzt auch noch Hintergrundinformationen von diesem Tool und dieser Methodik auch noch mit auf die Website, weil man ja zwei Dinge denkt. Das eine ist, es ist eine Kompetenzvermutung und das zweite ist, naja, man muss den Kunden gut informieren, damit er ja handlungsfähig ist, wenn es um seinen Entscheidungsprozess geht. Völliger Quatsch. Ein Kunde kommt auf meine Internetseite und zwar nur aus einem einzigsten Grund. Entweder hat er eine Empfehlung bekommen und ein anderer hat ihm gesagt, du pass auf, du musst dir die oder den mal angucken, der hat mir vielleicht weitergeholfen oder der hat ein gutes Angebot, das, schau dir das an. Empfehlung. Zweitens, der hat mich aus irgendeinem Grund gefunden, vielleicht über eine Google-Suche, vielleicht habe ich einen Blog oder einen Post oder eine Pressemeldung rausgelassen und der ist über irgendeinen der Social-Media-Kanäle, vielleicht über einen Link auf meine Seite gerutscht. Oder über andere Wege. Hat vielleicht eine Visitenkarte von mir auf einem Event bekommen und googelt das nochmal nach oder guckt sich die Seite an, weil er sich an unser Gespräch erinnern kann und, und, und. Das heißt, mir muss klar sein, zu welchem Zeitpunkt, mit welchem Kontext und mit welchem Thema kommt eigentlich jemand auf meine Internetseite. Im Regelfall ist es ja so, eine Website verkauft nicht. Das Geschäft findet von Mensch zu Mensch statt. Also muss ich mir überlegen, welches Werkzeug brauche ich an welcher Position oder welches Werkzeug hat welche Aufgabe. Wenn eine Internetseite ein Werkzeug ist, ist die spannende Frage, welche Aufgabe muss diese Website eigentlich erfüllen und welches Ziel verfolgt die eigentlich. Im Personal Branding gibt es ganz klar nur zwei Faktoren. Erster Faktor. Die Website dient zu Identifikation und zwar meiner Person. Das heißt, wenn jemand auf meine Internetseite kommt, muss er eine Erlebbarkeit haben, mit welchem Menschen habe ich es hier eigentlich zu tun. Wofür reden wir? Von Bauchgefühl. Vertrauensbildende Maßnahmen. Er muss sich identifizieren mit mir als Mensch. Das ist dieses Gefühl von dem oder der könnte ich vertrauen. Ich könnte mir vorstellen, mit dem oder mit der zu arbeiten. Das begegnet mir hier auf Augenhöhe. Das ist, ich fühle mich hier sicher, ich fühle mich verstanden, ich fühle mich hier abgeholt. Das heißt also, dieses Thema Sympathie und Antipathie spielt hier auch an der Stelle ein enormes, hat einen enormen wichtigen Hebel. Eines der ersten Faktoren ist Identifikation über die Person. Nasenfaktor. Also heißt, meine Website muss bespickt sein mit Erlebbarkeit von meiner Person. Also Bilder von mir, Videos von mir, die Texte müssen sich so lesen, wie ich spreche etc. pp. Zweiter Faktor. Wenn sich jemand mit meiner Website beschäftigt, könnte in 80 bis 90 Prozent davon ausgehen, der hat irgendein Druckthema. Das heißt, der kommt nicht einfach nur auf Goodwill auf meine Seite, weil er mal gerade gucken will, ah, die ist ja hier gerade so schön oder ich bin per Zufall hingekommen. Sondern im Regelfall ist es so, dass entweder über eine Empfehlung oder über ein Auffinden, also sprich über einen Themenkontext und meistens sind es Druckthemen. Zu mir auf meine Seite gekommen ist und sich mit diesen Inhalten beschäftigt. Das heißt, zweiter Punkt, ich muss eine Identifikation stattfinden, wenn es um das Thema geht Schmerz. Hole ich meine Kunden über ihre Schmerzpunkte sauber über meine Website ab? Oh, das ist ein ganz spannender Punkt, weil die meisten Websites, die wir lesen, haben zielorientierte Sprache, lösungsorientiert und bringen schon irgendwelche Lösungen und Strategien und Erfolgsdinge auf den Punkt, wo jemand, der auf die Seite geht, entscheiden muss, ist dieser Weg oder jener Weg denn jetzt der richtige? Das heißt, über die Lösungssprache verhelfen wir unserem Kunden oder dem, der auf der Website ist, nicht wirklich weiter, weil wir überlassen ihm die Entscheidung, ist diese Methode, ist dieses Tool denn jetzt auch wirklich für meinen Druck und für mein Thema, was ich habe, auch das Richtige? Noch ein entscheidender Punkt. In Google werden Probleme eingegeben in der Suche. Keine Lösungen. Wenn ich auf meiner Website also permanent nur in Lösungssprache spreche, hat das auch Auswirkungen darauf, was im Google Ranking passiert. Also heißt, hole deine Kunden wertschätzend in deren Weltmodell ab. Zweitens, kennst du die Pains und die Schmerzpunkte deiner Kunden, wie die sie formulieren und finden die sich auf deiner Website wieder? Ich gebe immer wieder den Rat, macht in die Headlines oben Suggestivfragen im Sinne von, kennen Sie auch die Herausforderungen in Ihrem Job, das? Wann sind Sie das letzte Mal durchs Büro gelaufen und haben folgende Gedanken gehabt. Kennen Sie die Situation XYZ? Das heißt, ich spiegel ihm seine Druckthemen wieder zurück. Nochmal, ein Kunde kommt auf meine Seite, hat ein Druckthema und sucht jemanden, der ihm den Druck wegnimmt, also sozusagen das Bedürfnis lindert. Dafür muss er in seinem Kopf das Gefühl haben, der oder die versteht mich in meinem Pain. Ich muss Problemsprache schärbrechen. Das heißt im Klartext, nenne die Scheiße beim Namen. Gerade auch auf deiner Website. Es geht nicht hier nur um Lösungen zu präsentieren, sondern es geht darum zu zeigen, ich verstehe dich in deinem Druck, ich habe deinen Druck verstanden und der Gegenüber, der sich mit meinen Texten auseinandersetzt, das Gehirn sagt, der weiß, wie es uns geht. Zweiter Faktor, ich schaffe eine vertrauensbildende Maßnahme zum Thema Sympathie. Das heißt Nasenfaktor. Also könnte ich mir vorstellen, dass wenn ich jetzt weiß, ja, der oder die versteht mich in meinem Druck, ist die mir sympathisch? Begegnet der mir auf Augenhöhe? Könnte ich dem vertrauen? Traue ich dem den Prozess zu und sagt mein Bauchgefühl ja? Ja, also zwei Dinge. Es geht nur darum, dass die Identifikation über die Person stattfindet und die Identifikation über Schmerz. Und wenn eine Website diese Aufgabe erfüllt hat, hat sie ihren Dienst getan. Die beste Personal Branding Website schafft Erlebbarkeit auf der menschlichen und auf der Schmerzebene und schafft Erlebbarkeit, was das Thema Identität und vor allen Dingen auf dieser inhaltlichen Ebene von, ich spreche wirklich die Sprache meiner Kunden und zwar auf der Problemsprache und nicht permanent auf der Lösungssprache. Und ganz ehrlich, tut euch mal den Spaß und guckt euch mal eure Internetseite an und guckt euch mal vielleicht Internetseiten von Kollegen und Kolleginnen an und seht mal den Unterschied von denen, die verstanden haben, auf der Problemebene Menschen abzuholen und die Texte, die nur auf Lösungssprache aus sind. In dem Moment passiert eine Inkompatibilität. Das heißt nochmal, wenn jemand mit einem Schmerz ankommt und sich mit meinen Texten auf einer Website beschäftigt, ist aber im Schmerzmodus und ich konfrontiere ihn ständig nur mit Lösungen und zielorientierten Formulierungen, ist das in dem Moment für ihn nicht kompatibel. Das heißt, der Transfer ist gerade schwierig, weil der auch emotional an der anderen Stelle steht. Also das heißt an dem Punkt, die richtige Personal Branding Seite verschafft Erlebbarkeit und Identifikation über den Menschen und über den Pain. Also viel Spaß beim Nachjustieren. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ihr Ben Schulz